Ich freue mich sehr, Sie begrüßen. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen und heiße Sie herzlich willkommen zu unserem virtuellen Durchgang an der Theodor-Holster-Jahrschule in Dortmund. Unser Motto lautet, für sich und für andere Verantwortung übernehmen. Dieses Motto soll uns lernen, Zusammenhalt zu stärken und Zuversicht zu signalisieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, wir sind die Schuhsozialarbeiter der Theodor-Holster-Jahrschule. Das ist mein Kollege, Jörg Roth, und das ist? Markus Kröger. Also, als Schuhsozialarbeiter sind wir zuständig für Probleme jeglicher Art. Das heißt, wenn die Schüler Probleme in der Klasse haben, mit Mitschülern oder auch zu Hause, können sie im Grunde genommen jederzeit zu uns kommen. Ein wichtiger Bereich ist die Bildung und Teilhabe. Wenn Eltern zum Beispiel Schwierigkeiten haben, Anträge auszufüllen, helfen wir gerne und wir haben auch ganz viele Anträge vor Ort. Zusätzlich ist ein großes Aufgabenfeld von uns jünger Mittagsbetreuung. Genau. Die Kinder bekommen hier eine warme Mahlzeit. Sie bekommen Unterstützung bei den Hausaufgaben. Und wenn sie Langeweile haben, können sie Spälle oder andere Spiegelräte ausleihen. Damit erst gar keine Langeweile aufkommt, bieten wir ganz viele AGs aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also, wir haben Fußball-AG, die Zirkus-AG, die Kunst-AG, die Theater-AG. Wir haben Angebote im Musikbereich und noch vieles mehr. Wir freuen uns. Kommt vorbei und lernt unsere Schule kennen. Die folgenden Ziele versucht unsere Schule für uns zu erreichen. Unsere Schule ist bestrebt, jedem den bestmöglichen Bildungsabschluss zu ermöglichen. Wir setzen uns für gegenseitigen Respekt, Gleichberechtigung und Gewaltfreiheit ein. Unsere Fertigkeiten in den Bereichen Medien und Kultur werden gefördert. Die Schule bietet einen Lebensraum, um sich selbstständig und verantwortungsvoll zu entwickeln. Und begleitet uns kontinuierlich bei der Berufs- und Zukunftsplanung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.